herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die etabliert box von 022 alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung etabliert von 022 das ganze am 14 august erschienen wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich deutschrib auf den ersten blick sieht das ganze tatsächlich aus wie ein teppich die box ist wirklich komplett in dieser teppich optik gestaltet wir werden als erstes mal die folie ab machen und dann schauen wir uns das an so also die box kommt hier im querformat und wir haben hier auf dem cover auf dem boxdeckel einen teppich abgebildet der hier wirklich die gesamte fläche hier einnimmt an der seite das ganze hier so mit ornamenten verziert und hier finden wir auch eine flasche vodka und einen mercedes dann lesen wir hier 022 etabliert russian standard darunter noch die beteiligten das ist erschienen über warner music group germany in silber das ganze so einem hochglanzdruck sieht gut aus und auf den seiten hier alles ebenfalls in dieser teppich optik also sieht aus wie so ein stapel von verschiedenen teppichen die so übereinander gelegt wurden und auf der rückseite wo haben wir es haben wir hier die logos der beteiligten der dopekit war hier auch beteiligt und ein barcode gut dann würde ich sagen schauen wir mal rein das ganze ist eine klappbox geht hier seitlich auf und dann kommen wir zum inhalt so wir haben hier als erstes mal mit dabei ein shirt dann haben wir ein shot glass eine fahne das album an sich ein poster 1 2 3 ich glaube 3 sind ja drei sticker und eine autogramm karte so von ihnen die box in weiß und dann schauen wir uns das ganze mal an so alles kommt hier mal zur seite bis auf album und fahne die sind hier noch verschweißt so einmal die fahne und dann natürlich das album so einmal die folie aufschneiden und dann können wir auch schon starten so das ist das album etabliert kommt hier in einem jewel case auf dem cover haben wir drei herrschaften hier abgebildet vor einem plattenbau wir sehen auch hier am fenster unter anderem die russische fahne 022 etabliert dann hier unten links noch ein verbraucherhinweis auf englisch und dann die logos beziehungsweise die labels die beteiligten das ganze was wir auch schon auf dem boxdeckel drauf hatten hier auf der seite les ja nochmal 022 etabliert ebenso auf der seite plus katalog nummer und auf der rückseite die tracklist 15 tracks an der zahl features sind mit dabei von schwester eva chapo und stacks von den 102 boys thrill pill und 80 und ansonsten hier wieder logos und barcode gut schauen wir mal rein als erstes geht es natürlich ans booklet so sieht das aus ok also wir haben hier für jeden einzelnen track eine einzelne seite gestaltet also nochmal so ein separates cover zu den ganzen einzelnen liedern wunderbar dann einmal hier die doppelseite ein foto der jungs mit ihrer anhängerschaft und so endet das ganze dann also das ist das album also das booklet sehr bildlastig dann hier die tracklist samt den produzenten und auf der rechten seite gibt es noch die credits sehr schön so 022 dann kommen wir zur cd die ist relativ schlicht gehalten hier in schwarz und weiß so sieht es aus und dahinter schwarz schwarz eingefärbte man sieht schwarz eingefärbte plattenbau fassade gut soweit zum album wie gesagt 15 tracks und 5 features dann kommen wir zu den stickern das ist der erste hier alle drei jungs vor einem wohnwagen dann hier nochmal die optik das logo das artwork das wir schon von der box kennen und hier 022 in weiß auf schwarz drei sticker alle drei quadratisch ein poster ist auch mit dabei so wie ich gerade sehe ist das ganze doppelseitig bedruckt auf der einen seite haben wir natürlich das album cover im hochformat hier hängt übrigens ein teppich der verdächtig ähnlich sieht wie der den wir hier vom artwork kennen so dann hier die drei herrschaften band oder gruppenname plus album titel und auf der rückseite haben wir ein foto im querformat und das dürfte hier von einem live auftritt stammen also hier im hintergrund die crowd und die drei herrschaften hier wieder auf der bühne und unten rechts gibt es dann noch 022 ja so sieht das aus poster doppelseitig bedruckt sowie das ganze wieder zusammen ich glaube jetzt haben wir sehr wohl eine autogramm karte ist ebenfalls mit dabei und zwar haben hier alle drei herrschaften unterschrieben mit silber dem stift also basu krufus und sosa alle drei hier auf diesem teppich unterschrieben auf der rückseite auch noch mal der teppich so etwas ja abgetragen so aufgeraut auf jeden fall eine sehr interessante optik so für eine autogramm karte als nächsten inhalt haben wir hier ein shot glass und das muss ich ehrlich sagen hat mich sehr verwundert dass es nicht irgendwie noch in luftpolsterfolie oder in einem karton oder sonst wie gepolstert kam nein das lag wirklich einfach so ohne verpackung in der box wundert mich ja ich hoffe natürlich wenn ihr die box bestellt habt dass das ganze wo ich auch heil ankommt und das glas nicht irgendwie am weg zu euch beim versand kaputt gegangen ist meins ist scheinbar ganz geblieben wir lesen hier wieder 0 2 2 und das ganze hat hier einen relativ dicken boden ja von der größe so ein ganz klassisches shot glass so als nächstes haben wir dann eine fahne mit dabei und die ist verdammt groß und zwar haben wir natürlich die fahne hier in dieser wunderbaren teppich optik ja das album cover das box cover besser gesagt hier nochmal drauf riesengroß dann hier in der mitte ich hoffe man kann das hier ungefähr erahnen der etabliert schriftzug ansonsten was ich sehr spannend finde wir haben hier die ecken rechts die sind ganz schlicht hier einfach vernäht allerdings auf der linken seite haben wir einen verstärkten rand hier so mit schwarz nochmal vernäht und sowohl links unten als auch links oben im eck eine goldene metallöse damit man das ganze auch aufhängen kann ja muss ich ehrlich sagen muss ich ehrlich sagen finde ich etwas merkwürdig denn wir sehen es ja die fahne ist im querformat gestaltet und jetzt haben wir hier nur links diese ösen ja hätte man meiner meinung nach entweder auf allen vier ecken machen müssen oder zumindest eben links und rechts oben damit man das ganze dann so aufhängen kann weil wenn man das dann wirklich so nutzt dann hängt es ja senkrecht macht so von der optik eher wenig sinn oder man gehört zu den wenigen leuten die tatsächlich irgendwie so einen garten besitzen mit so einem fahnenmast dann kann man diese fahne natürlich auch so aufhängen dass sie dann wirklich nur links hängt und dann im wind flattern kann ja dann packen wir diese wunderbare fahne mal wieder zusammen gar nicht so einfach aber ich denke ja doch das sollte hinhauen beziehungsweise ja egal ich erspare euch das jetzt im detail auch wenn es jetzt von der faltung her nicht ganz richtig ist werde ich jetzt einfach mal etwas abkürzen das ganze und dann kommen wir zum letzten boxinhalt und zwar haben wir hier ein shirt mit dabei das kommt hier in der farbe weiß und ist schwarz bedruckt so wir haben hier auf der rechten brustseite auch wieder diesen teppich abgebildet allerdings in schwarz weiß optik und dann haben wir hier noch russische buchstaben stehen also hier steht wenn ich es richtig lese etabliert auf diesem teppich und hier über dieser babuschka beziehungsweise matroschka haben wir dann auch wieder 022 also auch wieder russische zeichen und sowohl hier als auch hier steht 022 oben eben russisch und unten deutsch und in der mitte gibt es auch noch den etabliert schriftzug mit dem umgedrehten r ja ansonsten backprint ist keiner dabei so sieht das aus und bei diesem shirt handelt es sich um ein b und c exakt 190 in der größe l größe vereinheitlich konnte man nicht wählen und wir haben es hier zu tun mit 100% baumwolle und das shirt ist made in bangladesh grüße gehen raus so dann packen wir das shirt wieder zusammen und das war es soweit wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal das eben gezeigte shirt in der größe l dann haben wir die eben gezeigte fahne in der teppich optik ebenso wie auch die autogrammkarte hier mit allen drei unterschriften das poster beidseitig bedruckt einmal im querformat einmal im hochformat die drei sticker allesamt quadratisch das shot glass hier mit dem 022 aufdruck und natürlich das album an sich im jewel case etabliert von 022 mit insgesamt 15 tracks und fünf features jawohl das alles in dieser wunderbaren box etabliert von 022 mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr 022 unterstützen möchtet dann findet die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf